Hallo und willkommen auf meinem Kanal Dill Design. Wir werden uns heute mal mit dem Bereichsreparaturpinsel beschäftigen. Der im Bereichsreparaturpinsel oder ich sag mal so Reparaturwerkzeuge findet ihr hier drüben in der Leiste, wenn ihr da drauf geht. Und zwar werdet ihr hier das so sehen, sieht aus wie so ein kleines Pflaster. Wenn ihr da drauf geht etwas länger mit der Maus, dann seht ihr hier mehrere Werkzeuge, die unter diesem Werkzeug versteckt sind und darum werden wir uns heute mal kümmern. Wenn man zum Beispiel Bilder hat, wo unschöne Flecken drauf sind, die kann man natürlich reparieren mit diesem Pinsel. Da gibt es unterschiedliche Methoden. Es gibt auch unterschiedliche Methoden innerhalb verschiedener Bilder. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel so, ich nehme mal den Bereichsreparaturpinsel gleich als erstes. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Pickel hier ausbessern möchte, geht das relativ einfach, indem ich hier einfach mal drauf klicke und schon ist der Pickel weg. Wenn ich hier einen etwas größeren Pickel habe, muss ich den Pinsel natürlich etwas größer machen mit der Taste Alt und der rechten Maustaste. Klicke einmal drauf und ist das weg. Je größer die auszubessende Stelle ist, desto länger muss das Programm arbeiten. Mit diesem Ausbesserungswerkzeug nimmt er, wenn ich hier einmal drauf klicke, nimmt er aus dem umliegenden Bereich diese Pixel auf, diesen Farbbereich auf und versucht das hier auf diesen auszubessenden Bereich anzuwenden. Wir sehen, ich habe diesen Pickel, diesen großen weggemacht, aber wir haben noch hier einen roten Ring rundherum. Wenn ich den weg haben will, muss ich hier noch einmal ein bisschen drauf gehen, ein paar Mal, um diesen roten Ring da rundherum wegzubekommen. Das heißt, manchmal muss man auch öfters mal auf eine Stelle drauf klicken, um dieses wegzubekommen. Ich gehe mal auf Öffnen zurück und wir haben hier einen Reparaturpinsel. Der funktioniert ein bisschen anders. Der nimmt Strukturbereiche aus der Umgebung auf, da wo ich hinblicke und überdeckt dann in dem Sinne das. Wir klicken einmal die Taste Alt, dann sehen wir hier den Bereich, den wir aufnehmen wollen. Ich mache mal den Pinsel etwas kleiner und versucht immer, Pigmente und Strukturen in der Nähe des zu ausbessenden Flex oder Punktes aufzunehmen. Also Alt-Taste klicken, dann einmal die linke Maustaste klicken. Damit nehmt ihr diesen Bereich auf und schiebt ihn einfach über den anderen Bereich drüber, über den auszubessenden Bereich. Damit wird die Pixel und Struktur, wird das aus der Umgebung ja mit angepasst. Mache ich hier mit dem genauso. Einmal hier in der Nähe reinklicken, Alt- und linke Maustaste und dann auf den Fleck gehen, linke Maustaste einmal klicken, damit ist das weg. Wenn ihr nicht aus der Umgebung etwas aufnehmt, ich werde mal die Haare aufnehmen, einmal Alt-Taste links klicken. Wir werden jetzt nicht die braunen Haare übernehmen, sondern die Struktur, einmal auf den draufklicken. Und ihr seht, der Hautbereich ist zwar erhalten geblieben von der umliegenden Umgebung, aber wir haben die Struktur der Haare mit übernommen. Das heißt, ihr solltet immer aus der Umgebung wirklich Pigmente aufnehmen. Ich mache das einmal zurück. Einmal hier klicken. Dann gehen wir hier rüber und können nach und nach hier den Fleck ausbessern. Wenn man das dann so macht, sieht das doch eigentlich ganz vernünftig aus. Man hat hier aber nochmal einen großen roten Fleck, da müsste man nochmal ein bisschen nachbessern. Ihr könnt auch malen mit dem Pinsel, also ihr müsst nicht immer nur klicken, ihr könnt auch ein bisschen malen, das geht auch. Und so nach und nach kann man sich halt diese Flecke ausbessern, reparieren. Gehe einmal zurück. Ausbessern-Werkzeug funktioniert ein klein wenig anders. Wenn ich hier den Fleck ausbessern machen möchte, dann kann ich einmal hier ein Lasse rundherum ziehen, linke Maustaste klicken, gedrückt halten und dann bis zum Ende dann linke Maustaste loslassen. Dann haben wir das, was wir ausbessern möchten, eingekreist. Dann klickt ihr mit der linken Maustaste einmal hier in diesen auszubessern Bereich rein und schiebt den einfach woanders hin. Ihr könnt den nach rechts, nach oben, links, könnt den irgendwo hinschicken. Einmal die linke Maustaste loslassen. STRG und D hebt die Auswahl dann auf und so könnt ihr auch einen Fleck ausbessern. Wenn ich den Fleck jetzt mal hier mache und schiebe den mal nach unten, seht ihr, was wieder passiert? Es wird zwar der Farbbereich der Haut genommen, aber die Struktur der Haare. Sieht natürlich nicht gut aus. Man muss dann auch immer gucken, wo man dann hinfährt. Hier die Augenbrauen und so weiter. Also da muss man immer gucken. Ihr verschiebt im Endeffekt eigentlich nur die Struktur aus den umliegenden Bereichen. Hier unten sehen wir nämlich, dass ein Teil von der Augenbraue hier gerade anfängt. Den Bereich, den ich jetzt nehme, seht ihr, dass das dieser Bereich ist hier. Da können wir nochmal ein bisschen helfen. Und schieben den ein bisschen hoch. Es wird ausgebessert. Und den hier auch. Versucht immer so wenig wie möglich, die Umgebung hier aufzunehmen. Und der klare und so besser ist das Ergebnis. Gehe wieder zurück. Und wir nehmen das inhaltsbasierende Verschieben einmal. Jetzt kann ich hier etwas anderes machen. Ich kann jetzt hier einen Bereich aufnehmen und schieben mir den Bereich einfach über diese Stelle drüber hinweg. Und damit wird das auch ausgebessert. Nehmen wir den Bereich, schieben wir den hier drüber weg. Und wir sehen, es wird rot, weil die umliegenden Stellen rot sind. Und wir haben nur die Struktur, haben wir hier verschoben. Ich werde das wieder mal anhand der Haare zeigen. Wir haben die Struktur verschoben, aber nicht die Farbe. Es ist zwar etwas dunkler, weil hier auch dunklere Töne vorhanden sind, klar. Aber so soll es nicht sein. So könnt ihr natürlich auch ausbessern. Das funktioniert hier bei so einem Porträtfoto, funktioniert das eigentlich ganz gut. Ihr könnt auch zum Beispiel jetzt das Inhaltsbasierende verschieben. Wenn ihr lustige Fotos machen wollt, nehmt ihr hier euren Pickel oder nehmt es mal anders. Wir gehen mal ganz nach oben wieder und nehmen mal diesen Pickel hier und verschieben den Pickel einfach mal so ein bisschen auf die Nase. Heben die Auswahl auf. Und so könnt ihr natürlich auch ein paar lustige Fotos machen, wenn ihr das haben möchtet. Und es ist nicht nur, um irgendwelche Bilder auszubessern, solche Pinsel geeignet, sondern man kann auch so ein paar Fake oder lustige Bilder für Karneval oder sonst irgendwas produzieren. Das funktioniert natürlich auch. Schwerer wird es natürlich dann, wenn wir so etwas haben hier. Da müsst ihr immer in kleineren Schritten arbeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Hunde, gehe ich mal auf den ersten Pinsel wieder zurück, die Hunde ausbessern möchte, klicke mal den ersten Hund komplett an. Gehe mal so die Leine auch noch ein bisschen mit. Wenn ich jetzt loslasse, dauert das einen kleinen Moment, weil wir haben sehr viel, was das Programm rechnen muss, deswegen dauert das immer einen kleinen Augenblick. Und wir sehen, es bleibt so ein kleiner schwarzer Fleck irgendwie zurück. Da muss man dann mal gucken, dass man da hier irgendwie nochmal drüber geht und dass da versucht, irgendwie das noch ein bisschen nachzurechnen. Da ist, wie gesagt, so ein bisschen mühselige Kleinarbeit vorhanden. Wir können natürlich, wie gesagt, auch diese Pinsel, die hier in dem Bereichsreparatur-Set vorhanden sind, auch kombinieren alle miteinander. Das funktioniert natürlich auch. Hier ist so ein kleiner Fleck entstanden. Das gefällt mir natürlich jetzt nicht so richtig. Dann gehe ich hier einfach mal auf den Reparatur-Pinsel, nehme mir einen größeren Pinsel, nehme den Bereich hier auf, wo das Gras zu dem Weg übergeht. Einmal die Alt-Taste klicken, linke Maustaste klicken und verschiebe mir das mal hier so ein bisschen nach oben. Nehme mir hier erneut irgendwie einen Bereich auf. Schiebe das wieder hier ein bisschen nach oben. Nehme mir hinten einen Bereich auf, schiebe das ein bisschen hier runter. Und so kann man nach und nach, kann man sich jetzt hier auch ein bisschen nachhelfen. Das sieht natürlich jetzt auch wieder unschön aus, nehme ich hier aus dem Bereich des Weges etwas auf und schiebe mir den dann hier hin. Und so weiter kann ich jetzt hier das Inhaltsbasierende verschieben auch einmal machen. Ich mache einmal hier mir so einen kleinen Fleck und schiebe mir das vielleicht mal hier so ein bisschen an die Stelle. Und nach und nach immer so kleinere Schritte machen und das funktioniert auch ganz gut. Wenn ich jetzt hier auf zurückgehe und zum Beispiel ich möchte jetzt meine Hunde in den Laub drin haben, dann gehe ich hier einfach auf das Inhaltsbasierende verschieben. Ich versuche hier den Hund natürlich so wenig wie möglich mit den umliegenden Pixeln zu erreichen, dass ich nur den Hund aufnehme. Einmal hier klicken. Dann schiebe ich mir den Hund einfach hier in das Laub hinein. Das Programm muss jetzt wieder rechnen. Der Hund ist hier weg und ist in den Laub drin. Jetzt könnte ich mir den anderen Hund auch noch rein verfrachten, wenn ich das will. Da sind meine Hunde dann nicht mehr auf dem Weg, sondern sind in dem Laub drin. Den schiebe ich mal jetzt hier rein. Ihr seht auch, hier ist der Weg eigentlich grau gewesen und das wird inhaltsbasiert farbtechnisch auch sofort gelöst, dass das die Umgebung annimmt. Man müsste hier theoretisch noch ein bisschen nachbessern. Jetzt nehme ich hier den Bereichsreparaturpinsel wieder, um die Leine hier wegzumachen, um mir den Weg hier ein bisschen auszubessern. Hier das Grün ein bisschen ranzuholen und das ein bisschen deutlicher zu machen. Und so kann man nach und nach jetzt hier eine ganz andere Situation darstellen, wie man es eigentlich ursprünglich hatte. Hier unten ist noch die Leine. Einmal klicken und damit geht die auch weg. Je einfarbiger der umliegende Bereich ist, desto einfacher ist es. Und jetzt kann man hier den Weg nochmal ein bisschen nacharbeiten und so weiter. Auch solche kleinen Sachen, es funktioniert halt nicht mit einem Klick. Man muss ein bisschen arbeiten dran in der ganzen Geschichte. Und jetzt gehe ich nochmal ganz schnell und ganz kurz auf diesen rote Augen-Werkzeug. Mein Hund hat zwar jetzt keine rote Augen, aber es hat so ein rotes Geschirr. Wenn ich da jetzt hier mit dem roten Augenpinsel draufklicke, das ist auch wirklich nur für rote Augen gedacht, dann kann ich alles Rötliche hier aus dem Bereich ausnehmen. Ich könnte theoretisch jetzt hier, da ja auch in dem Wald viel Rot drin ist, in einem Braun ist nun mal auch viel Rot drin. Ich könnte jetzt hier mit dem roten Pinsel oder rote Augen alles Rötliche wegnehmen. Ihr seht, das Grün wird nicht angegriffen. Es wird nur alles, was rötlich ist, wird hier angegriffen. Alles, was grün ist, bleibt erhalten, weil eben in einem braun oder in einem orange halt Rottöne und Brauntöne und sowas drin sind. Und im Braunton ist immer ein Rotton mit drin. So kann man natürlich auch Bilder bearbeiten. Das ist jetzt den Zweck der Sache, das spielt keine Rolle. Ich wollte euch nur mal halt den roten Augen-Effekt nochmal kurz präsentieren. So funktioniert der Bereichsreparaturpinsel. Also wie, wenn ihr kleinere Stellen habt, dann könnt ihr natürlich hier den Bereich reparieren. Natürlich das Inhaltsbasierende verschieben ist natürlich auch klasse, wenn ihr hier jetzt sowas nehmen solltet. Man kann natürlich feiner arbeiten und ihr schiebt dann das einfach mal hier so hin. Und da kann man natürlich auch richtig lustige Bilder und lustige Fotos machen. Aber das ist dann eure Sache, wie ihr das machen wollt. Ich wünsche euch dabei viel, viel Spaß und sage Winke, Winke bis zum nächsten Video. Euer Frank.